Halli, hallo, hallöchen. Die letzte Runde mit Tinker ging ein wenig blöd aus, weil ich lauter Türken im Team hatte, die nicht mit mir reden wollten. Besser gesagt, wir waren zwei Nicht-Türken, die es nicht verstanden haben und die haben einfach weitergequatscht. Naja. 4, 2, 2, 22, 36, was habe ich denn? 15, 24, 30, 35. Warum werde ich immer ausgewählt für die Spiele mit den Leuten? Ah. Naja. Okay. Ich habe so wenige Meldungen, dass ich für niedrige Spiele eingesetzt werde. Und das Problem ist, ich werde dann zu den Flaschen gelost, damit die anderen auch eine Chance haben und die gewinnen dann, weil die Flaschen sind so flaschig, dass andere Flaschen, die nicht ganz so flaschig sind, dann verlieren. Verlieren. Tolle Sache. Naja. Was soll man machen? Und bis jetzt haben sie noch keinen ordentlichen Mitspieler. Jakiro könnte aber, das wäre lächerlich. Legion. Der würde nicht für den Nice rankommen können. Schwer zu sagen, wen sie dann jetzt schicken werden. Ich meine, von denen jetzt wahrscheinlich keinen, naja, da kommt noch einer, aber mal gucken. Vielleicht tatsächlich Legion. Oder Axe? Nein, Axe nicht. Axe wäre ein bisschen lächerlich. Der muss auf, wie will das, Safe, Off, Offlane, Safe Lane, Offlane, Offlane-Farben. Oder im Jungle, genau wie Legion. Mal gucken. Level 2 hat er so, keine Ahnung. Theoretisch. Könnte natürlich auch sein, dass es ein Zweit-Account ist, tatsächlich. Solo 1800 ist nicht schlecht. Wenn der keine... Das geht schon wieder nicht. Ich kann schon wieder nicht auf den E-Profit, das nervt. Na ja. Dann hoffen wir doch mal, dass er wiederkommt. Komm, los, dir bitte noch einen Support zu. Das wäre so witzig. Dann hätten wir schon gewonnen. Ach, der schon wieder. Das war das natürlich, das Spiel. Das komplette gegnische Team ist raus. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Sie sind alle raus. ich mag ich ein paar zufälle noch weiter suchen Oh, ähm, erstens, eigentlich keine neue Kameraposition, vielleicht ist es ein bisschen höher und guckt jetzt eher auf mich runter und nein, das ist nicht für einen besseren Aim, das ist auch kein Kinoeffekt, das ist tatsächlich 21 zu 9. Ich habe jetzt einen Bildschirm, der mehr breit als hoch ist, oder noch breiter als hoch, naja, deswegen, ja, das ist das Kino-artige Bild. Nein, davor hatte ich 16 zu 9, aber Sniper war eigentlich ganz gut, wenn ich stinker bin. Ne, davor hatte ich 16 zu 9, was der normale Bildschirm mehr ist und jetzt habe ich 21 zu 9, was ja QHD ist. Und für den Stream kann ich das nicht einstellen, weil, ach, wie war das, ich kann das nicht einstellen, weil, 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 stimmt, mein Aufnahmeprogramm macht das nicht mit. Das quetscht das dann zusammen, wenn man so will, das ist ein bisschen doof. Und in der Zwischenstation kann ich es eh nicht umstellen, von daher. So, wie wäre es, wenn ich mit Tinker in die Mitte gehe? Wir haben noch den Ruski als Support. Schade, dass das letzte Spiel nicht zustande gekommen ist, da waren ein paar schön schlechte Gegner dabei. Jetzt haben wir wieder ein recht starkes Team, 35er dabei. Und ich kann schon wieder nicht drauf. Naja. Das nervt euch nicht, ob ich die Profile kann. Wieder mit links, noch mit rechts klicken. Guckt mal einer an, obwohl Viper könnte auch. 255 Sieger. Ich hoffe, da der 322 das Level hat. Ich muss X drücken. Nichts X drücken. Alles klar. Alles klar. Anti-Mage. Oh, die Mitte. Das ist 3200, was? Das ist ein bisschen schön. Das ist ein bisschen. Okay, alle Wetten drauf. Ich meine, du... Ah, shit, jetzt habe ich gar nichts vergessen, wie der heißt. Ich rühme mich immer mit Arc Warden so rum. Felix OD. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir verlieren. Hm, hübscher Rücken. Also hübscher Mantel. Interessanter Sensor. Das ist ein bisschen. Ja, in russisch. Nice job. Ich bin so gut. So, keiner macht einen Versuch, Drohung zu holen, oder volles Blatt zu holen. Auch nicht schlecht. Ah, okay, noch geblockt bekommen. Hohoho, das war knapp mein Block. Okay, jetzt ist es vorbei. Achso, Necrophos spiele ich jetzt den. Ah, zu spät. Und der war gerade, nur noch rechtzeitig. Tinkering about. Ja, okay, gut. Langsam habe ich es getinkert, fast schon raus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Teilen wir uns ein bisschen die Last Hits. Nein. Dang it. Ich habe genug für die Bottle. Und der Ring kommt dann demnach als nächstes. Ja, ich habe eine Atme. Mist. Entschuldigung. Meine Erinnerungen, genau. So. Sehr gut. Was hab ich denn? 6 zu 3. Na ja, mit Schuhen bin ich doch grad besser. Ich hätte ihn ja direkt hinein sollen. Ah, für Gott, okay, unten auf den 9. Ein richtiger Moment. So. Ich guck mal, ob ich was für meine Bottle finde. Oh, yes, 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 yes. Jackpot. 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 Ja, ja. Anti-Mage hat ein Double... Oh, scheiße. Das jetzt? Ne, Kroforst, du müsstest nur mal da reingehen. Das Problem ist, die Nacht hat ihn jetzt geschützt. So, das gefällt ihm natürlich gar nicht. Ja. So, das ist ein komisches Geräusch. Into the frame. Enhanced. I'm not ready. Incoming. Absolutely. Absolutely. Ah, shit. Es hat sich aber gelohnt. Es hat sich gelohnt. So. Wollen wir nochmal sehen, ob er die noch hier... 2-1-0. Das ist definitiv gelohnt. Alter, der hat einen langen Namen. Der soll halt mal kürzen. Ich glaube, die kann ich fein lesen. Und dann auch noch so einen... ...Namen. Naja. Ja. Okay. Achso, Art Warden fehlt. Geln. Du lässt mir keine Wahl. Das ist ja so ein Horst. Halt mal! Es ist ja so wie vor. Das ist ja so... Ah, Gott, oh Gott. Oh, shit. Oh, die kamen gerade noch dazu. Das ist nicht cool. Komischerweise haben wir das überlebt. Ups. Ja, ist alles gut. Hm, du, okay. Kann ich auch mitkommen. Kann ich auch mitkommen. Ja, oh gee, die hat mich gerade verfolgt, genauso wie Doom. Also bitte, ja. So, dann können wir gerade noch mal stecken. So war doch der Plan. Nein, ach, ihr dumm Mieskröten. Hm. Warum ist denn die so schwer zu stecken? Muss er das ganz anders teilen als bei den... Naja, klar. Sehr gut. Das wird in Ordnung sein. Schau mal. Wenn ich muss. Meine Stimme, genau. Es ist es. Und der CP ja wegläuft Was zum Hölle? Das war natürlich jetzt echt doof Wenn ich da meinen Mana verblasen hab Ich weiß ja, dass das noch nicht so viel ausmacht, aber... Ich weiß ja, meine kleinen Freunde, geh! In die Flamme! In die Flamme! In die Flamme! Ich brauch unbedingt meine Schuhe Ich mein... Dafür, dass ich auf der Safelane bin Ist das gar nicht schlecht Die Weiber hat einen ordentlichen Vorsprung gegen die OD Von daher ist das schon mal echt geil, aber... Naja... Hm... Hm... Ich brauch Mana oder nichts anderes So... Kann ich was angreifen Schade, dass ich mich nicht erwischt hab Ist das Viper? Naja... Ich brauch schon sagen... Viper kann ja gar nicht sein Absolut... Okay... Wir suchen mal nochmal... Ach... Diesmal hab ich's geschafft... Diesmal hab ich's geschafft... Wunderbar... Verwenden Denn zu können ja... Am testen... Ich will... Der wird... Der wird mir fest... Dass ich sie nicht verlehen... Was... So... Kuck... Oh... Es ist das Päsent lige... Du glaubst... Was ist das... Vielen Dank. Was ist auf Trouble? Oh ja. Ein Level bräuchte ich noch für meine Ultime. Oh, dann ist es sattelbar. Okay, mein Cocktail steht unten. Hm. Nein, der hat sich nicht selbst gezeigt. Der wurde rausgezogen von den Creeps. Naja, seine Schuld, wenn er sich so blöd hinstellt, dass er rausgezogen wird. Ah, nein. Ja. Oh, Mann. So, Arc One ist immer noch nicht wieder da. Das ist so nervig. Ich habe einfach meine Ulti noch nicht geskillt. Warum auch immer. Level 1 würde ja schon reichen, um einfach nochmal hin und her springen zu können. Aber... Rearm. Ja. Sehr gut. Wieder bewaffnet. Wenigstens bin ich nicht so arschlangsam wie sonst. Ich habe 400 Bewegungstempo. Das ist schon mal nicht schlecht. Blutrausch. Okay. Okay. Na, das war sinnlos. Mach! 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 Das ist doch dämlich, dass ich da nicht meine... Die 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 Ich bin jetzt hier! Schau dir! 3, 2, 1! Hm? Komm! 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 Die Sekunden hätte ich jetzt eigentlich auch noch warten können. Da kommt Doom. Der fragt dich erst mal, ob man hier wird alles kaputt. So, wollen wir doch mal sehen. Da können wir doch mal hier Necrophos unterstützen. Level 9, der gute Kerl. Komm schon, ja. Das war jetzt nicht... Kann ich? Aha! Ich kann ihm meine Torte tatsächlich abgeben und ich weiß jetzt auch wie. Hmm. Science! In action! No argument there. Oh, my little friend! Outage! I'm under attack! Positively. Initializing in 3, 2, 1... Nein! Ah, kommt schon im Ernst. March! March! Gut, ihn nochmal geheilt. Das war jetzt wirklich kein Fehler, ihn lang zu heilen. Ähm... Sollte gut helfen. Double damage! Killing Spree! Outage! Hey, buddy! Mindsetless! Exactly! Look at them go! Oh... Oh! Mindsetless! Ta-da-da! Doku! Ah! Your bottom tower is under attack! Radiant Think! Fortification can save them! Very well. Baumwartenkainstårm... Ah, da war noch einer. Ups. Ups, das war falsche Eingriff. Wollen wir doch mal so schön. Wie ist das? Wie wurde er eingesetzt? Warum? Was geht denn? Ach, kommt schon in Ernst. Ich hab's abgebrochen gehabt. So, wollen wir doch mal sehen, ob wir da nicht was machen können. Ach. Ach. Genau, rennen wir dann in Trauer. Ah. Okay, ich bin muted, aber ein bisschen drauf. Aber ich bin doomed. Ah. Ich hab bei den anderen bleiben sollen. 2-2-5. Aber die Levelverteilung passt diesmal. Definitiv passt diesmal. Ah, ich hab noch eine Neufe. Ich war eine Leitung, Appens Informationen. Ach. Ich hab ein Verz Gang. Ach. 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 Wir haben die Verz Wir haben diese Versuche aber noch. Ach. 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 Wieso habe ich mich so verlebt verloren? Bin ich gerade durch die Gewolle? Äh, echt heavy. Alles für mich. Alles für mich. Dann habe ich gleich auch einen Scepter. Okay, der war ein bisschen falsch. Hm. Schön, dass man das während dem Teleport machen kann, sonst wäre ich einen Moment lang aufgeschmissen gewesen. Ah. Das wäre nicht da. Oh, Antimate da. Energisiert. Boah, mit der Anti-Mech hätte ich mich sogar tatsächlich in Ruhe nicht umbringen können. Außer mit dem Mana Void. Gut, das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Ah ja. Ah. Sahne. Oh... Money Rain... So... Komisch, dass sie sich nicht alles so liefern lassen... Das war der Falsche, das müsste denen aber klar sein... Not yet... The enemy's top barracks have fallen! The enemy's top barracks got caught in the crash! Hmm... Oh schade, ich dachte ich könnte noch ein bisschen da raus zögern... Und dann selbst aber... Naja... Oh, da oben habe ich keine Vision... Ich dachte ich würde Vision bekommen, wenn die da hochbeziehen... Oh, schade... Oh, schade... Oh, schade... Oh... Oh... Ach... Schön... Dann habe ich es auch geschafft... So... Guck mal... Das Team... Ja... Ja... Kann man mal machen... Oh... War allgemein mit schlecht vom Team... Deswegen... Kann man das mal machen... Oh... 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 Der Chat ist gar nicht zu sehen... Fällt mir jetzt gerade erst auf... Wunderbar... Voll verpeilt... Jetzt ist die Frage... Noch eine Runde... Oder noch keine Runde mehr... Okay, ich gehe morgen frisch ans Werk... Dann werden ein paar Ranked Games gespielt... Und dann... Ist alles gut... Weil... Heute habe ich gerade... Der Mittag war lang... Na gut... Dann sehen wir uns morgen wieder... Ich werde so gegen 8... 9... Versuchen online zu sein... Morgens... Nicht abends... Ähm... Gut, wir sehen uns dann... Ciao...